Wir fliegen nach New York. Du! Wie ist es da? Posa? Ich muss sofort zu meiner Frau. Wir sind doch kein griechischer Linienbus. Ich hab ne Bombe. Sie sind nicht so der Bombentyp. Die Bestseller-Verfilmung geht weiter. Antonio, ihm schmeckt's nicht. Sie haben sie rumgefasst. Dafür riecht sie jetzt besser. Im Kino.